k akkuratik pro messer wird noch recht und kürzer und kürzer und kürzer eben ein kürz mit nachmitteln und kürz eckes meyer doch wir haben vor Ort wir sind mit mehreren nein ich wollte sich ein klemmen hättest wohl gedacht auch so Panner, jetzt wollte ich das machen in rot Echt? Ja. Zwar rot. Und wie kommt das so? Muss man der Ecke bleiben und dann warten bis sie kommen. Was? Fehl! Ich hab' bevor auf den Gehorsen. Fall mal ein bitte schnell. Junge, was machst du? Was? Maximale Munition! Hast du ein Fail? So bist du? Ach du hast ein Fail? Bist du verrückt? Ich balle uns so auf die. Machst du deine Perks? Machst du noch deine Perks, Max? Wo hast du natürlich Kraft? Wenn ich jetzt mit Krafteinkauf gehe und meine Waffe zum Beispiel die Punch? Du hast dann immer noch die gepunchte Waffe. Wenn ich dann stirb? Du hast dann immer noch die gepunchte Waffe. Also bevor... also wenn ich jetzt alles gemacht habe, zum Beispiel jetzt alle Perks habe, alle... zum Beispiel zwei von gepuncht und dann noch stirb, hab ich sie immer drauf. Ja, dann hast du immer noch gepuncht. Und alle Perks auch. Ach gut, okay, ich dachte... Na, ich verkackt. Außer sie einen Kaffee. Du musst den halt brecken, du darfst nicht wiederbedübt werden. Ich weiß. Ist der Nachteil davon. Kann ich mal denn sonst nur noch weiter aufgerufen. Egal... Magst du noch mal, du hast gesagt PυTon gibt 1SG bei 1SG bei 1SG bei RundeG, aber erst bei RundeG nicht mehr, gell. Machst du dich. Was? 10 0 als der Götter Kopenhagen und das ist nur Max Muni die Klinik alle wo 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 nein nicht mehr Atombombe ich geb mir Schnecke hat sich vollgebracht oh ich kann punchen ja man, aber ich ich geh mal kischeln wir geh zusammen kischeln egal welche Waffe ich rausbekommen, ich punch die auch wenn ich nen Teddy rausbekommen aber Teddy ist keine Waffe ja fast 2 Wochen gestern hab ich links gespielt äh gestern hab ich mw2 gespielt und ich hab ne Moab gehabt ja ich hab ne Moab in mw2 wie viel mw2 hatte ich in mw2 also mw2 spiel ich überhaupt gar nicht sagen wir mal so kleine Kinder in der Schule die hatten ne Moab in mw2 ne Moab also bei uns in der Klasse bei uns in der Schule gell das sind so kleine Kinder dann so hat der mw3 gell da hab ich jetzt da hab ich gestorben von die äh 20.000 Kills gell oder die sagen Bad Battlefield hier gibt's ja kein Prestige Bad Battlefield ja was sagen so manche ja ich nehme Prestige 12 Level 20 die Schrauben es gibt nur es gibt nur ab 1 2 und 3 ein lassen wir bitte eine übrig also Atlas 1 ich brau äh Atlas 1 ich brau äh Atlas 1 ich brau selber Atlas 2 ich silber doch wir haben ein paar übrig ich brau ne neue waffe wir lassen ein paar übrig ich brau ne neue waffe ok die Waffenbomben ja mann leider bist du noch da Lelle sag was ich muss mit meinem Bruder reden ich hab gerade fast meine Waffe nicht genommen so wie auf dem Ausmaiger ich tu die Waffe rein nehm die andere ähm denk mir so, ja die andere war frisch gepannt ja mann also ich hab's auch nicht gewusst bla 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 Atombomben also die Waffe rausnehmen muss nachdem ich gepuncht hat hätte ich jemanden fahren können ja ich dachte das wäre richtig so lass mich ich bin auch nur ein Mensch kannst punchen ja er hat dich gepuncht ja er hat dich gepuncht jetzt mach ich einen Trickshot ich hab's getroffen Lelle ja er hat mich nur ein das war ein übrig ich mach's ich geh jetzt Pücher fanschen darf ich dann jeden versuchen zu trickshotten ich bin ja einer Ja... Weil wir sind zwei. Muss Trickshotten. Du hast Raygun. Chill lass lass lass. Ja. Muss Trickshotten. Lass mal. Wenn ich einen hit' dann mach ich einen Edit-Troll. Wenn ich rein bitte. Raar! Oh Scheiß auf Marke! Ja. Noch einen Versuch. Ja! 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 ja die Ehe ab die die Tarnung wird voll gechillt die Tarnung wenn man die Punchen tut die Tarnung als in Online halt nach dem Punchen nicht so so irgendwie so glänzen oder so Gold oder so keine Ahnung sieht aus wie die ist einfach so eine schwarze Tarnung und das ist voll geil ein bisschen lila-grün ja »Ach, schieße 50 kg gepuncht!« »Ach, schieße 50 kg.« »Ja, schieße 50 kg.« »Jeder 50 kg, ge-packt!« »Ach, schieße 50 kg.« Ach, schießt er, 50, gepuncht! Wie viel schießt er noch mal, Max? Punchen hat sie immer, ähm, auf Vorrat hat sie 110 und so hat sie auch... Oh, Hammer! Soll ich mich Stemming Up kaufen oder... Ich weiß nicht, weil es gar nicht besser ist, Stemming Up oder... Schnell Heile? Ach, kauf mir einfach Stemming Up. Nee, Schnell Heile brauchen wir nicht, haben wir ja auch am Anfang gesagt. Boah, was Stemming Up, ich hab schon vollgespürt eigentlich. Ja, da mit drin schalten wie so ein... Ich hab's erst grad eben gemerkt, dass du schon noch krankern kannst. Habt ihr doch neulich schon mit dir gespürt. Ja, aber trotzdem. Da bin der Punkt! Gut. Schreiner! Max, wir müssen die... Die Extras, der halt z.B. mal 2 oder 1, dann müssen wir mal üblich lassen. Ja. Nach einer Weile gehen hat... Wir tun uns das eh nicht, wenn wir holen, wir hätten. Aber bevor das blinkt, bevor das blinkt... Ja. Holen! Nein, wir flinken, guck. Schau mal, jetzt, guck mal, zum Beispiel jetzt... Fast grauerdings. Ich weiß, dass du mich einsperrst. Geh weg! Ruhig! Also Pyton einmal nachladen, ich kann zum Monizum fahren. Gepackt. Ja. Wir brauchen unbedingt Grafstein, wenn ich so gute Wachen hab. Max, ich brauche. Gepackt. Mach mal ne Munition! Ein geholt. Ich brauche unbedingt Grafstein, wenn ich so gute Wachen hab. Gepackt. Gepackt. Max, und dann Munition. Was ist das denn? Was ist das denn? Was? Was ist das denn? Ja, hab's dir. Ich hab schon seit'n Regen oder Regeneration oder so'n Schein. Regen? Geil, ja klar. Jetzt soll ich den punchen oder soll ich mir andere Waffen kaufen? Also ich würde mir Regen, ähm, ich würde die weggeben. Weil ich mag jede Waffe besser wie Regen, aber... Warum wollte ich die ganze Emotion jetzt im Trophy nach einer anderen? Weil beim Punchen ist ja nicht one ihn eigentlich. Wir könnten schon jede Runde one hit geben, weil du nicht so auch punchen wie du willst, glaube ich. Nein, Regen nicht. Regen kann schon nur einmal punchen, äh, nur einmal. Ich hab dich schon dreimal gepuncht. Doch. Doch. Ach so. Doch. Doch. Und ich habst nicht mehr gehört, afternoon having callsko Pan sowie Pan bow. Als der Rauch von Pfeil geht euch. Das privileges wird nicht bestätig sein, um es auftauchen. Etwas verarscht, drumkorps, obsk. Ich punche mal Raygun jetzt, Max. Oh, warte mal. Chill? Soll ich ihn töten? Ist das nicht der Leckste oder? Nein. Warte, chill. Warte, chill. Warte, chill. Kann ich auch nicht der Leckste? Welche willst punchen? Egal, ich mach mal kurz. Warte, ich guck mal kurz, welche Waffe die nächste ist. Warte, wo? MZ 21, MZ. Ne, lohnt's nicht. Ja, das ist ein bisschen. Fatschkillen, Max. Fatschkillen. Wir nehmen jetzt schon 30 Minuten auf. Komm, geh mal wieder nach hinten, Max. Komm wieder nach hinten, Max. Wo, hinten? Ja, geh mal wieder nach hinten. Ja, wo wir grad war. Ja, okay. Wir müssen aber ein bisschen mehr aufpassen. Hab ja noch Affenbaum. Ich überlebe ja. Ja, ich guck nach rechts, wir müssen einfach noch... Ja. Echt? Gut. Ösen so schnell wie möglich. Jeden Tommy töten. Schnau barri. Ne, ne, komm doch her. Hammer. Und auch noch mehr in meinem Haftflugbein. Und auch noch mehr in meinem Haftflugbein. Fuck. Ich bin tot. Nein, ich bin noch tot. Ja. Fuck. Das war's. Das hat euch gefallen. Wir sind jetzt nicht so weit gekommen, wie wir es eigentlich vorhatten. Und, ja. Wenn ihr mehr Videos habt, dann liked das Video. Bis zum nächsten Mal. Und, und. Jo. Viel Spaß. Das war's. Das war's. Das war's.